Hallo liebe Kuduka und willkommen zu einem weiteren Geo-Training hier auf dem YouTube-Kanal vom Sportstudio der Bonn. Wenn ihr mich so seht, habt ihr sicherlich nur eine Frage im Kopf. Was machen wir heute? Ich habe mir vorgenommen, dass wir heute vielleicht ein paar Würfe, eine Abwehr natürlich machen, da wir das letzte Mal natürlich sehr viele Würfe gemacht haben. Das letzte und das vorletzte Training waren diesen gewidmet, doch wir möchten natürlich auch etwas lernen, wenn man etwas gröbere Angriffe abwerten möchte, was man dagegen tun kann. Und ja, darauf konzentrieren wir uns heute. Und ich würde sagen, wir fangen dann gleich mal an mit unserer Routine, nämlich den Dehnen von den Atmen. Zuerst lockern wir das Ganze ein bisschen auf, drehen die Arme als Windmühlen und sorgen dafür, dass der Raum hier ordentlich mit unseren Aerosolen verseucht wird. Zu Hause macht das nichts aus und ich bin hier alleine im Dojo, da macht das auch nichts. Und darum schön Höhe geben, die Arme bewegen, dass da Blut reinkommt. Natürlich alles kontrolliert. Nicht wild mit den Armbrot wuchteln und auch gerne mal in die Arme Richtung. So, das ist gut. Gerne die Hände ausstrecken. Man kann auch beides machen, Hände ausstrecken. Im Vollsteraum währenddessen macht man ein bisschen extra Training. Falls das koordinativ zu schwierig ist, bleibt man einfach dabei, die Arme zu rotieren. Okay. Wir lockern die Hütter noch mal kurz auf und dann fangen wir mit einer kleinen Dehnübung an. Wir kennen es ganz gut. Eine Hand bewegt sich aufs Schulterblatt und die andere Arme greift an den Oberarm, nicht auf den Ellbogen, nicht auf das Gelenk und zieht den Arm etwas rüber. Wir versuchen dabei natürlich mit geraden Rücken stehen zu bleiben, nicht irgendwie nach vorne wegknicken und den Argen umrühren. Wir ziehen langsam den Arm rüber. So, dass es schön hier auf der Seite zieht. Wir zählen langsam über den Kopf. Dann, wenn wir so ungefähr 15 bis 30 Sekunden erreicht haben, legen wir den Arm ab, schütteln ihn noch einmal ein bisschen aus. Und der andere Arm ist natürlich auch dran. Schön aufs Schulterblatt mit der Hand auf den Oberarm greifen, beziehungsweise auf den Rizeps. Und dann schön den Arm runterziehen zur Seite. Das hat man nicht vergessen. Wir sind ja noch ganz entspannt beim Dähnen und beim Aufwärmen. Da wird das schon noch nicht so anstrengend. Aber dennoch sollte man bei all der Koordination hier Arm hochheben, mit dem anderen ziehen, hier bewegen, etwas rüberziehen. Nicht vergessen, auch mal ein bisschen Sauerstoff zu sich zu nehmen. Und wir lassen auch hier den Arm locker. Lockern noch mal kurz die Schultern auf. Das ist ein bisschen anstrengend, die so ein bisschen über Kopf zu haben. Und das brauchen wir natürlich, wenn wir nicht nur Schläge, sondern auch Schritte machen wollen. Richtig, die Beine. Die Beine wollen wir auch kurz aufwärmen. Dann fangen wir mal eben kurz an mit einem kleinen Kniehebelauf. Schön die Beine hochziehen. Bis zur Hüfthöhe. Wer es weiter macht, umso besser. Aber wir wollen uns erst mal nur aufwärmen. Da braucht sich noch niemand ein Bein ausreißen. Können die Arme schön mitbewegen. Das hilft uns dabei. Und wir halten natürlich dabei. Schön ist es. Die Nachbarn freuen sich natürlich mal wieder bei dieser Rübung. Aber wir machen es ja auch nicht allzu lang. Noch einen Moment durchatmen. Und stopp. Schön atmen dabei. Fällt ein bisschen schwer, wenn man redet wie ich. Durchatmen etwas Blutviesen in den Beinen. Die fühlen sich jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen wärmer an, wenn man zu Hause ist, wo es schön warm ist, mit einer Heizung. Da fängt man bestimmt schnell an zu schwitzen, wenn man es sonst nicht gewohnt ist. Ich würde euch empfehlen, vielleicht kurzzeitig immer mal ein Fenster aufzumachen, wenn es ein bisschen stickig wird bei euch. Und ja, ansonsten kommen wir zur nächsten Übung. Aus dem Stand stellen wir uns immer beiniger hin, bis wir mit unseren Händen auf den Boden können. Dann bewegen wir die Beine noch weiter auseinander. Gehen wir mit den Händen näher zum Körper. Hier sollten wir bereits hier in den Oberschenkelmuskeln ein Ziehen spüren. Wer das noch nicht tut, geht weiter auseinander und weiter mit den Armen zum Körper. Wir halten das Ganze natürlich wieder einen Moment. Atmen schön durch. Noch ein bisschen länger. Ich gebe euch hier allen noch zehn Sekunden dafür. Wer sich wohler fühlt, ein bisschen mit den Beinen noch mal auseinander. Die Zähne im Kopf langsam runter. Fünf. Und bewegen uns langsam nach vorne raus. Damit wir nicht aus Versehen in den Spagat rutschen und uns alles kaputt machen. Denn leider so gerne wie den Spagat auch schnell und plötzlich können wollen, ist das etwas komplizierter in der Ausführung. Und würde uns einfach mal so eben die Beine ausreißen. Aber wenn wir das nicht vorhaben, sondern ein paar Tritte noch vorhaben, reißen wir uns nicht die Beine aus, sondern strecken sie schön weit vor uns. So. Wir kennen die Übungen. Wir kennen das Dehnen. Ein Bein winkelt sich mal wieder an. Und das andere Bein ist unser Seerregierer, der andere Fuß. Und wir möchten ihn unbedingt anfassen. Wie ein kleines Kind unbedingt mit scharfen Messern spielen will, möchten wir an unseren Fuß herum. Wir bleiben da schön sitzen. Wer Knieprobleme hat, winkelt das Bein ein bisschen an. Und greift dann nach vorne. Das macht die Übung etwas einfacher, definitiv. Aber es geht hier um Flexibilität. Und da sollte kein Wettkampf entstehen, wenn nun der Flexibelste ist. Da das ja auch bekanntlichermaßen bei jedem Menschen anders ist und man anders veranlagt ist. Wir greifen auf die Zehen, wer es kann. Wer sehr cool ist, greift über den Kopf und lehnt sich schön aufs Bein nach vorne. Und greift noch weiter um den Fuß. Wir vergessen das Atmen mal wieder nicht. Und lösen das Ganze wieder. Das andere Bein geht nach vorne. Wir winkeln den linken Fuß diesmal an. Bei mir ist jetzt das rechte Bein vorne, wer es vorher andersrum hatte. Der kann es natürlich jetzt auch wieder andersrum machen und das Wegebein nach vorne packen. Auf jeden Fall gehen wir hier wieder nach vorne aufs Bein. Versuchen wir uns langsam nach vorne zu tasten. Vergessen das Atmen nicht. Langsam gehen wir immer weiter nach vorne. Hauptsache, wir halten die Spanzen hier am Oberschenkel weiterhin. Schön durchatmen. Lasst euch noch einmal kurz durch den Kopf gehen, als wir das letzte Mal schlagen und treten gemacht haben, was wir da so gelernt und erfahren haben. Noch ein letztes Mal rantasten. Ein bisschen weiter rein in die Beugung. In das Dehnen. Und fünf. Und lösen. Unsere Beine sind nun sowohl innen als auch im Hintergrund gefehlend. Das ist sehr gut. Das hilft uns beim Treten. Das hilft uns beim Abwehren. Und das haben wir auch dringend nötig. Denn wir fangen gleich mal an, wo wir schon bei den Beinen sind und kümmern uns um eine Abwehr vom Low Kick. Der Low Kick als solcher ist uns bekannt. Nämlich ein Schienbeintritt auf den Oberschenkel des Gegenass. Der Low Kick, den haben wir schon einmal bearbeitet. Sieht man eigentlich bei jedem Training. Den ist uns einmal mit drin. Wir sind in der Kampfhaltung. Das vordere Bein dreht sich währenddessen mit nach vorne. Werde hier drauf achtet. Es dreht sich auf dem Bein mit nach vorne. Es kann sich auch auf dem Hacken mitdrehen. Das ist euch überlassen. Aber, nein, Quatsch. Tut mir leid. Man dreht sich auf den Hacken mit. Dann würde man sich auf den Beinen mitdrehen. Würde man auf den Zehenspitzen stehen. So ein bisschen. Und das würde unseren Halt sehr viel schlechter machen. Dementsprechend darauf achten, dass wir uns auf dem Hacken drehen. Man merkt, ich bin auch schon ein bisschen aus der Übung. Und treten dann mit dem hinteren Bein mit dem Fuß angespannt. Mit dem Schienbein ungefähr. Mit dieser Trefferfläche hier auf dem Oberschenkel von unserem Partner oder unserem Gegner oder Angreifer. So, soviel zum Low-Kick. Nur ganz kurze Einweisung. Nun zur Abwehr. Falls ihr jemanden habt zu Hause, der kann euch dann mit einem Low-Kick treten. Wir nehmen jedoch erstmal die Abwehr davon. Nämlich da, wo der Partner eigentlich reintreten würde, nämlich hier auf unserem Oberschenkel, reagieren wir und gehen, bevor der Tritt überhaupt hier ankommt, mit unserem angewinkelten Bein, wo wir auch den Fuß anspannen und hier eine Spannung erzeugen, in den Tritt vom anderen rein. Wir ziehen den Fuß schön an und lehnen uns nach vorne, um dort den Low-Kick abzuglocken. Haben wir den Low-Kick nun gefallen mit unserem Bein, können wir diesen zurückwerfen, setzen den Fuß mit dem Fuß ab und treten mit einem Low-Kick zurück als Konter für den vorherigen Angriff. Noch einmal, wir fangen den Low-Kick vom Partner ab, werfen ihn zurück, am besten mit so einer kleinen Bewegung und treten mit einem weiteren Low-Kick hinterher. Das ganze Herz mit links, Fuß hoch, anspannen, das Beinauffang zurückwerfen und mit einem Low-Kick hinterher auf den Oberschenkel des Gegners. Und wenn wir das nun gemacht haben, üben wir das mal gleich schön schmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, achte drauf, ich habe jetzt ein bisschen sehr bollig geschnappt, ich habe das natürlich versucht, so sichtbar zu machen für euch, aber es muss natürlich kein Mal-Giri aus dem Ganzen werden, sondern so einfach nur eine kleine Rückwärtsbewegung sein, um den Fuß zurückzufedern, der uns entgegengeworfen wird. Das Ganze üben wir natürlich auch noch mit der anderen Seite, sprich, wir fangen nicht nur den Trip mit links ab, sondern auch mit rechts. Hier geht auch das Bein nach oben, wir federn es zurück, setzen den Fuß ab und gehen mit dem Kick zurück. Hier auch noch mal auf die Kampfhaltung achten, die anderen bleiben schön oben, einer an der Wange ungefähr, einer vorne ungefähr, eine Faustweite vom Kinn entfernt. Und dann kommt die Abwehr mit rechts, zurückfedern und der Low-Kick mit links und zwei und drei und vier und fünf und das war sehr lange gezogen, auch sehr schmerzhaft für mich, dieses Board weiterhin zu verwenden. Aber wir bemühen uns weiterhin, dass wir auch diese Abwehrtechnik im Kopf behalten, dass wenn und wer uns mal mit einem Locking angreift, dieser zurückgeworfen wird und ein Locking auf den Oberstecke zurückkassiert. Als nächste Abwehrtechnik für euch habe ich auch eine Abwehr als Tritt, eine Abwehr gegen eine Tritttechnik und zwar gegen den Mai-Geri. Der Mai-Geri, wenn wir einmal kurz unsere Gehirnzellen anstrengen, fällt uns ein, das ist auch der gerade Fußstoß. Exakt, als gerade Fußstoß von hinten oder von vorne versteht sich der Mai-Geri und da dieser gerade verläuft, gibt es ja nur noch eine Angriffsbahn, wo der Gegner angreift, nämlich direkt vor ihm. Das bedeutet, gehen wir leicht aus dieser Angriffsbahn heraus, geht der Tritt an uns vorbei. Aber das reicht uns noch nicht. Wir wollen hier einfach nur ausweichen und wie eine Hofdole hier im Kreis springen und den anderen dafür aussagen, dass er uns einfach nicht trifft, weil irgendwann kriegen wir dann den Treffer ab und das ist dann gar nicht mehr so lustig, besonders wenn man leichtfüßig durch die Gegend hüpft. Nein, wir wollen einen direkten Konter setzen. Und zwar, wenn der Tritt kommt von dem Partner, von Mai-Geri, hat dieser sein Bein im Optimalfall geradeaus gesteckt und macht gerade den Tritt. Wir gehen in den Partner jedoch zur Seite raus und fangen das Bein von dem Partner. Und wir fangen nicht nur das Bein mit unserem Arm, damit sich jetzt vorstellt, dass der Hocker hier unser Partner ist, das Kissen, das Bein ist, ich weiß, das ist jetzt größentechnisch ein bisschen schwierig zu erklären. stehe ich direkt vor dem Partner, gehe zur Seite raus und fange das Bein unter meinem Arm ein. So, das Bein habe ich jetzt gefangen, der Partner steht immer noch hier, wir stellen uns vor, der tritt jetzt mal, die Bestöße ist etwas weiter oben und wir haben das Bein gefangen. Was als nächstes? Wir packen den Partner in seinen Kragen hier rein, ziehen ihn leicht zur Seite, um sein anderes Bein noch schwerer aus dem Stand zu ziehen, damit er das Gleichgewicht verliert, setzen das andere Bein um und da, wo der Partner sein Bein stehen hat, wie man hier sieht, auf dem Schwerpunkt, ziehen wir dann den Partner an den Kragen rüber und werfen ihn zu Boden. Das Ganze noch einmal. Wir stehen einfach da rum, sind gerade beim Kämpfen, erwarten nichts Böses und wir sehen, das Bein vom Partner zieht sich hoch und er will gerade in den Bein gehen gehen und wir weichen zur Seite aus, wir fangen das Bein auf, wir greifen den Partner am Kragen, ziehen ihn zur Seite, gehen mit dem Bein rum und werfen ihn mit einer Sichel über unser Bein. Der Partner fällt darauf hin, es kann sein, dass das Bein natürlich mit ihm fällt, kann auch sein, dass das Bein einfach so unter unseren Armen klemmelt, ist ein Ausnahmefall, sollte man den Krankenwagen rufen, definitiv sollte man das, wenn das passiert, aber mir ist das noch nicht passiert, darum ist das nur ein kleiner Tipp am Mann. Gut, das Bein fällt mit dem Partner mit, habe ich gerade erwähnt und da wir den Partner in diese Richtung werfen, wäre es ein bisschen unrealistisch, wenn das Bein weiter hin gesogen unter unseren Armen klemmelt, richtig? Also gehen wir natürlich in den Mofen rein und haben jetzt immer noch das Bein unter unserem Arm. Wir werfen den Partner, zack, drehen uns mit ihm mit, haben das Bein immer noch unter Armen klemmelt und eine wunderbare Lösung für das Ganze ist ein Fußhebel. Ein Fußhebel, schon mal gehört? Wahrscheinlich noch nicht, wenn man Anfänger ist in dem Ganzen. Das ist im Endeffekt eine ganz einfache Sache. Wir haben hier das Bein, sagen wir mal, hier oben ist das Knie am oberen Ende, hier das schön klare und hier unten der Teil, das ist der Fuß vom Partner. Und wir möchten hier direkt unter der Sehne von dem Fuß mit dieser Sehne von unserem Unterarm ran. Und die legen wir genau da drunter und würden schön unsere Sehne auf die Sehne des Partners raufdrücken. Halten uns im Optimalfall im eigenen Anzug fest, damit der Partner in uns hier nicht rauszappelt und das Bein rausziehen kann. So sind wir stabiler. So ist das ganz gut. Entweder hier rein oder wenn man es platztechnisch hinbeformt, einfach in das andere Gewehr greifen, Dreheir greifen und dann schön festziehen, damit das Bein hier auf keinen Fall rauskommt. So, wir haben das Bein jetzt schön eingeklemmt. Der Fuß steckt hier unter meiner Achse und jetzt guckt der Partner uns komisch an, kommt er nicht wirklich weg. Wir kommen auch nicht wirklich weg, können den Sperr quer durch den Raum zerren. Was machen wir also? Wir belasten das Bein, wir drücken das Knie schön runter und lehnen uns nach hinten, damit der Fuß alleine vom Knie gehebelt wird. Der Partner hat die Möglichkeit, mit ganz viel Körperspannung sich an dem einen Bein hochzuziehen und die Hüfte hochzudrücken und irgendwie zu versuchen, den Winkel zwischen dem Knie und seinem Meinen zu verbessern, damit der Fuß und das ist der Winkel zwischen dem Knie und seinem Fuß zu verbessern. Damit der Fuß nicht allzu sehr gehebelt wird, das wollen wir aber nicht. Darum belasten wir das Bein, drücken wir es runter und ihr seht schon, das ist ein ziemlich unmöglicher Hebel. Wenn ich das einmal hier im Kärschfeld zeigen kann, so möchte dein Fuß nicht aussehen im Gegensatz zu deinem Oberschenkel. Normalerweise sieht das ja so aus, dann guckt der Fuß hier vorne raus und auf einmal ist er so umgeknickt. Das ist sehr unangenehm, das ist ein Fußhegel. Nochmal das Ganze zusammen, die Technik noch einmal komplett ausgeführt. Partner trifft uns mal hier in der Fußschuss. Wir weichen zur Seite aus, wir greifen in das Bein rein, schön, dass wir den Fuß unter unserer Achse eingeklemmt haben, greifen den Partner im Rever, gehen mit dem Fuß um ihn herum, ziehen ihn zur Seite und werfen ihn mit einer Sichel zur Seite. Wir drehen uns mit zum Partner, halten den Fuß unter der Achse, fixieren den Fuß fest, indem wir in unsere Rewehr eingreifen, halten mit unserer Hand auf seinen Knie, um Druckkabel zu verursachen und lehnen uns zurück, um den Fuß zu hebeln. Das wäre die Abwehr für einen Rahmenfußstoß für den Maigiri. Und als Letztes habe ich noch einmal das Ganze für ein paar Schlagtechniken vorbereitet. Schlagtechniken, wie wäre ich das am besten ab, wenn jemand da ist, um nichts zu schlagen? Ganz einfach aus dem Kopf, wir stellen uns das vor, wir sind hier ganz kreativ, ganz fantasiös dabei bei dem Training und stellen uns einfach einen Partner vor, dieser macht welche Kombination, kein Roundhouse-Kick, wie bei Bruce Lee, so was abgespaced ist, versuchen wir erst mal nicht als Anfänger, wir versuchen uns mit einer Standard-Links-Rechts-Kombination. Der Partner kommt auf uns zu, was willst du? will uns vor der Kanne eine reinhauen mit einem Zucki und einem Jako-Zucki. So, wie werden wir das am besten ab? Ganz einfach, Gesicht hinhalten und Schmerzen aufessen. Funktioniert nicht wirklich gut. Darum habe ich noch eine bessere Technik mitgebracht. Wir dunklen uns ab, richtig. Der Partner will natürlich eine Kombination, also zwei Stege hintereinander sitzen. Das heißt, wenn der Erste trifft, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass der Zweite nicht treffen wird, weil so eine Faust im Gesicht sorgt schon dafür, dass man zumindest so einen Bruchteil einer Sekunde kurz bei nichts mitbekommt durch den Schreck. Deswegen geht er davon aus, bam bam, der setzt beide gleich hinterher. Und weil er davon ausgeht, dass er beide hinterher setzt, macht er das natürlich auch bis zum Ende. Auch wenn er merkt, dass der Erste nicht trifft, fliegt schon der Zweite und er fragt sich, wo ist das Gesicht hin? An unserem Körper. Richtig, wir dunklen uns unter dem Schlag von dem Partner weg und sind jetzt am Körper vom Partner dran. Die Möglichkeiten dabei sind sehr vielfältig. Einerseits könnten wir einfach uns reinducken und einen Haken in den Bauch setzen und dann schnell zur Seite weiter rausgehen. Andererseits können wir uns abducken, die Beine greifen von dem Partner und das ist, was ich mit euch üben möchte. die Beine in den Oberschenkel greifen, also schön hier unten rein, wenn man nicht sehen kann, hier greifen wir rein und ziehen die Beine zu unserem Körper weg. Da der Partner mit seinem Schwerpunkt sich schön in den Schlag reingelegt hat nach vorne, ist sein Schwerpunkt dementsprechend auch sehr weit vorne und bei uns auf dem Rücken, wenn wir uns unnach in seinen Körper bewegen. Wir greifen also die Beine und ziehen diese einfach nur nach oben. Das wird für uns sehr wenig Kraft kosten, da der Schwerpunkt des Partners über uns ist und wir somit die Beine nur zum Schwerpunkt ziehen und sie dorthin bewegen, wo er sie idealerweise hätte auf dem Boden stehen haben wollen. Da sie aber nicht mehr auf dem Boden stehen, fällt er einfach zum Boden und das Ganze wollen wir natürlich ordentlich beenden. Wir greifen die Beine, wir ziehen sie zu unserem Körper, der Partner fällt hin, hat die Beine in der Luft, wir haben sie hier an der Seite gegriffen und während wir diese Beine hier gegriffen haben, haben wir entweder die Möglichkeit, es schnell und schmerzlos zu machen mit einem Schlag zwischen die Beine, wenn es um die Selbstverteidigung geht oder wenn wir das Ganze ordentlich machen wollen, wie wir das beim Jiu-Jitsu, beim Wettkampf vielleicht auch mal gerne anwenden möchten, ist es, indem wir uns ein Bein fokussieren und entweder einen Fußhebel machen und das andere Bein einfach ablassen und wie bei der Technik davor kombinieren oder wir machen etwas ganz Schickes und machen einen Beinhebel statt einer Fußhebel und greifen diesmal mit dem anderen Arm um das Bein, bewegen uns um das Bein herum, aber nun mit beiden Armen das Bein fixiert und setzen uns ganz breit neben die Partner hin. Dann fragt ihr euch, das muss doch sicherlich wehtun, wenn der Partner so parallel neben dir liegt, ich mich neben setze, aber sein Bein auf einmal hier oben lässt. Und da habt ihr recht, da fängt es nämlich schon an zu hebeln. Darum haltet das Bein schön mit beiden Armen fest, schön festhalten, lasst es bloß nicht los und langsam nach hinten bewegen und je weiter ihr euch nach hinten bewegt, immer schön parallel neben dem Partner bleiben, nicht irgendwie schräg hinten liegen oder auf und drauf liegen, ich glaube, das funktioniert gar nicht. Sondern schön neben dem Partner parallel das Bein runterziehen, bis er abklopft oder das Bein ausploppt. Und in dem Fall rufen wir wieder den Krankenwagen. So, und auf diesem kleinen Exkurs in Abwehrtechniken möchte ich natürlich nicht zu viel von euch erwarten. Ihr habt erst mal ein paar Techniken gelernt für heute. Darum machen wir jetzt noch einen kleinen Kulau und etwas für den Körper, für unsere Definition, nämlich ein paar Liegestütz und ein paar Sit-Ups und vielleicht habe ich da noch einen kleinen Bonus für euch mehr. Begeben wir uns erst mal zum Boden. Fangen wir an mit zehn Knie-Liegestütz. Ja, richtig. Wir machen die vereinfachte Variante, aber wir steigern uns langsam rein. Erst mal mit den Knien zwei, drei, jeder für sein Tempo, vier, fünf. Wir wollen natürlich nicht unsere Nage uns anbrechen, darum gucken wir schön weit nach vorne. Ihr guckt bitte weiter auf den Bildschirm, wenn es möglich ist bei den Liegestützen. Neun und zehn. Und jetzt begeben wir uns auf die Füße und machen weiter und nochmal zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Super. Ich denke, da konnten wir uns gut reinsteigern. Das hat auch sicherlich jeder jetzt zu Hause geschafft. Aber so eine Übung mit leichten Liegestütz, schweren Liegestütz könnt ihr zu Hause gerne, wenn ihr mehr auf Armungsbild den Fokus legen wollt, abwechselnd zu Hause machen. Zehn Liegestütz schwach, zehn Liegestütz stark, bis ihr nicht mehr könnt. So, spart ihr euch kleine, merkwürdige Pausen, wenn ihr 20 Liegestütze am Stück gemacht habt, wenn ihr kurz auch schlaufen wollt und weitermachen wollt. So, macht ihr das. Bis die Arme abfallen. Als nächstes eine kleine Bauchübung. Nämlich die Sit-Ups, die wir beim letzten Mal schon gemacht haben. Wir lehnen uns schön nach hinten. Wir vergessen das Atmen natürlich nicht. Und das Atmen funktioniert beim Sit-Up am besten, indem wir, während wir hochkommen, ausatmen und während wir wieder zurückgehen, einatmen. ihr müsst nicht immer ein- und ausatmen mit jeder Wiederholung vom Sit-Up, aber mindestens jedes zweite oder jedes dritte Mal ein- und wieder ausatmen dabei. Gut, halte mir an, jeder für sich in seinem Tempo. Ich zähle nicht mit, kein Druck auf euch. Los geht's, schön gegenüber mit dem Ellbogen, das Knie berühren. Wir achten auch wieder drauf, die Schulterblätter. Wir rühren nicht den Boden, wir halten die Körperspannung dabei. Ich rieche noch ein bisschen dabei, braucht ihr natürlich nicht zu Hause machen, auch wenn das zusätzlich anstrengend ist. Das Atmen nicht vergessen, auch wenn man gerne durch den Bauch atmet. Wunderbar. Dann begeben wir uns noch einmal kurz in die knieende Position. Atmen noch einmal tief ein und aus. So, sehr gut. Ich habe jetzt noch etwas Kleines am Ende versprochen, nicht als Übung, sondern eher als Erklärung. Falls sich jemand wundert, wo mein Pelz auf dem Kopf geblieben ist, der ist mal wieder ausgefallen. passiert so alle Jahre. Bei so einem Bären wie mir, da fällt das Fell auch gerne mal nach dem Interschlaf aus. Und ja, das ist jetzt in guten Händen, nämlich bei harespenden.de und da wird ein echter Begriff für Krebskranke draus gemacht. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Reden heute mal eine Kurzversion und genießen auch den Weihnachtagabend. Tschüss. ich bin nicht Ich bin dem Nach und ich bin Vielen Dank.